Hallo, ich bin Anna. Wir sind hier auf dem Rucksermarkt und ich teste jetzt für euch das Fahrgeschäftsflash. Wir sind hier auf dem Rucksermarkt und wir sind hier auf dem Rucksermarkt. Wir sind hier auf dem Rucksermarkt und wir sind hier auf dem Rucksermarkt. Ja, aber super. Es geht total drunter und drüber, alles durcheinander, über Kopf und so ist voll gut. Auch lange. Wolltest du auch wieder reingehen? Ja, super. Okay, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Aber man, es ist nichts für schwache Nerven. Also wer nicht über Kopf gehen kann oder so, sollte nicht reingehen.